Hallo und herzlich willkommen zum ersten Let's Play in Minecraft bei Hunter again. Nicht wundern die Frames sind eigentlich über 200, aber... Ja. So, ich bin heute mal auf der Suche nach einer Lösung. Ich hatte nämlich das Angebot, dass ich hier nämlich einen anderen... Also... Ja, also jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Hatte ich schonmal, aber... Ja. Ja. Nein. 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 Hörwisch. So. Ähm... Ja, erstmal willkommen wieder zurück. Ich... Ich hab grad nicht glauben können, was ich gesehen habe. Also... Ein Hund im Baum ist euch auch noch nicht gehört. Ihr? Also alle, die das schonmal gehört und gesehen haben... Sollten wir mal in Link schreiben. Ah ja, äh... Ich würde mich gern über einen Link freuen, wenn ihr wollt, dass ich... Cowboy. Okay. Da sieben. So. Haben wir jetzt noch einer? So. Hopp. So, ich mach heißen. So, jetzt hat man ne Beinenrüstung. Warte. 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 Ja, ähm... Jetzt erstmal nichts dazu zu sagen. Also, ich hab vor, auf diese Welt hier... Ähm... Zu bauen. Spaß zu haben. Und... Alle, die dieses Video sehen, sind meinetwegen eingeladen, hier... Äh... Beizutragen. Sie können gerne mal besuchen. Ja. Haha. Mir fällt jetzt auch nichts aus. Großartiges ein, was ich noch machen könnte. Ähm... Ja, alle, die dieses Video sehen, haben natürlich... Ja, wie gesagt, die Einladung. Schreibt's mir in die Kommentare, wie ihr heißt. Fragt's mich mal. Die meisten, die mich wahrscheinlich abonniert haben, sind äh... Freunde, die ich kenne wahrscheinlich. Ich benutze grad noch keinen Modpack. Ich hab grad keine Lust. Ach. So. Fertig. Sieht da schon mal ein bisschen anders aus. Huuu. Das sieht nicht mehr so komisch aus. Huuu. Jetzt haben wir schon einen... Hätten wir ja einen Herrn. Das machen wir jetzt noch relativ bisschen babbeln. Der ist jetzt relativ nahe. Oh ja, ihr kennt das, ihr seid einfach komplett am Anfang und gleich gibt's noch nie. Ja, relativ am Anfang sollte man sich nicht viel mit Zombies anlegen, soweit ich noch weiß. Also ich mache es nicht gerne, weil es ist für mich sehr übergefährlich. Und gleich am Anfang zu sterben ist nie immer gut für den Anfang halt. Ich habe jetzt so vor, dass alle YouTuber, die dieses Video sehen, haben auch gerne Erlaubnis zu fragen, ob sie hier auch Let's Playen dürfen. Also, sie dürfen, können... Ja, es ist halt folgende, was ihr müsst halt fragen. Aber ja... ... 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 Das ist das, was wir brauchen. Die Maus lacken noch wieder. So. Ja. Entschuldigung, wie ich den lackst, aber da kann ich nicht essen. Das ist Aufnahmen. Ah, ich hab eigentlich... Schon besser. Ähm, ich hab eigentlich die Grafik immer ganz oben und es lack nie. Ich hab 300, 200 FPS, aber... während den Aufnahmen geht's einfach so dernabends runter. Kennen wahrscheinlich manche Leute das Problem. Ach ja, und ich hätte noch eine kleine Frage an alle YouTuber in dem Bereich hier. Womit tut ihr... euer Aufnahmeprogramm bearbeiten. Also, wie macht ihr das, dass ihr die Aufnahmen bearbeiten könnt? Ich hatte eins, aber das hat gekostet. Und das hab ich mir nicht angetan. Und hätte ich dann gern die Frage gehabt, ähm... wo man denn gut und am besten kostenlos was kriegt. Äh, ich weiß jetzt nicht, ich möchte jetzt da nichts geklauen und so weiter und so fort, aber... jetzt halt gleich am Anfang, wo ich noch nichts verdiene. Ich werde wahrscheinlich noch nie echt so schnell nichts mehr verdienen. Ich muss da erstmal noch rumfragen mit YouTube und so. Ähm, aber es müsste mich interessieren. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch viel Spaß. Let's have fun on Wallout. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich wünsche euch noch viel Spaß.